Wir von Brother wissen, dass Sie brillante Ideen haben. Wir haben die neue Brother Luminaire Innovis XP3 entwickelt, damit Sie diese Ideen zum Leben erwecken können. Die Projektortechnologie der Luminaire zeigt Ihnen eine Vorschau von Stichen und Stickmustern direkt auf Ihrem Stoff. Ein großer, heller LC-Touchscreen. Eine große Stickfläche und Durchgangsbreite. Mit den neuen Langstichmustern können Sie Ihr Projekt mit einzigartigen geometrischen Verzierungen versehen. Mit der Verbindungsfunktion können übergroße Muster gestickt werden. Die neue Luminaire hat viele Funktionen, die Sie zu einer unglaublichen Näh-, Stick- und Quilltmaschine machen. Wie zum Beispiel die WLAN-Funktion zum Übertragen von Mustern von Ihrem PC, Smartphone oder Tablet. Sowie die neue Stitch-Tapering-Funktion und der verbesserte Multifunktions-Fußanlasser. Wir haben die Luminaire so gestaltet, dass sie ebenso brillant ist wie Ihre Ideen. Und damit Sie diese Ideen umsetzen können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020